Hallo alle zusammen, heute soll es in diesem Video um Neuankündigungen im Bereich Sony und Canon gehen. Wir werden aber auch über mein Buch über den Eipsi kurz sprechen und wir werden auch das Thema zu meinem Kalender 2025 beleuchten, denn ich werde ein Buch und einen Kalender verlosen und wie und wo das Ganze stattfinden wird, wirst du in diesem Video erfahren. Das heißt also, es lohnt sich, diesen Beitrag bis zum Ende zu schauen und wenn du jetzt schon sagst, das klingt gut für mich, dann lass gerne einen Daumen nach oben hier unter dem Video, abonniere meinen Kanal und vergiss nicht die Glocke zu aktivieren, damit kein neues Video durch die Lappen geht. Also fangen wir an zum Thema Sony. Die Sony A1 Mark II wird nicht angekündigt, aber es wird zumindest vermutet, dass sie am 19.11. vorgestellt wird. Alle, die eine Sony A1 haben, die werden wissen, wie gut sie ist, die werden auch selbst wahrscheinlich beurteilen können, ob sie eine Nachfolgekamera benötigen. Denn ich selbst dachte, dass bei der Mark II der Sensor und der Auflösung nochmal vergrößert wird, also mehr Auflösung sozusagen implementiert wird und das soll alles nicht der Fall sein. Es soll wenige Neuerungen geben. Die größte Neuerung wird im Gehäuse sein. Also die Kamera wird sehr ähnlich wie die A7 R5 beziehungsweise wie die A9 III aussehen, denn sie hat das Gehäuse von der Sony A9 III mit dem tollen Display, was du klappen, schwenken, spüffeln, kippen, neigen, was auch immer kannst. Für mich immer noch das beste Display am Markt überhaupt. Dann wird die Ergonomie auch sehr ähnlich sein wie die A9 III schrägstrich A7 R5. Die sind sich ja nun wirklich sehr ähnlich, bis auf die Buckel hier vorne. Und man wird die Unterstützung von CFexpress Typ A 4.0 jetzt inzwischen haben. Nutze ich selbst nicht. Ich nutze selbst die ganz normalen CFexpress Typ A Karten an der Sony und bin damit recht zufrieden. Habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich die 4.0 bräuchte, aber wer das braucht, das kannst du in der neuen A1 Mark II benutzen. Und dann soll sie außerdem einen AI-Chip implementiert haben. Ich denke auch ähnlich wie die A9 III bzw. wie die A7 R5 und der Autofokus ist dann schon sehr gut von der A1. Wenn sie dann noch die KI-Funktionalität optimiert, also auf dem aktuellen Stand hat, dann denke ich, ist das eine Kamera, die so ziemlich alle anderen abziehen wird, auch im Preis. Also sie ist mit die teuerste Kamera am Markt überhaupt. Deswegen ist sie für mich persönlich nichts raus, was die Auswahl betrifft. Ich selbst bin mit der A7 R5 bei Sony bzw. mit der A7 S3, die mich gerade filmt, sehr zufrieden. Aber wen es interessiert, der Preis wird sehr wahrscheinlich wieder über 7.000 Euro sein. Von so her wirst du wahrscheinlich wissen, warum du die Kamera kaufst oder eben nicht. Punkt 2 zur Sony A7 V. Ich weiß, viele von euch haben eine Sony A7 IV und sind sehr happy damit. Hatten sozusagen sehntüchtig darauf gewartet, nach der Sony A7 III endlich die Nachfolgekamera bekommen zu können. Mit einem tollen Sensor, der eine gute Auflösung bietet, der quasi der Sweet Spot zwischen zu wenig und zu viel ist. Auch mit Rauschverhalten. Sie ist, denke ich, auch für den Bereich und Preisbereich schnell genug. Allerdings soll die A7 V, wo viele dachten, die kommt dieses Jahr, erst nächstes Jahr kommen. Also irgendwann im ersten, nächsten Halbjahr 2025. Und Gerüchten zufolge soll es gar keine großen Verbesserungen außer in der Geschwindigkeit und in der KI geben. Auch hier wird vermutet, dass der Sensor gleich bleibt. Dass man vieles dabei belässt, wie es ist. Lediglich in der Geschwindigkeit und in der KI-Funktionalität, wie gesagt, nochmal nachholt. Das sehe ich durchaus sinnvoll, weil der Autofokus von der A7 R5, also die KI im Autofokus, ist richtig gut. Und wenn du das mit der A7 V nutzen könntest, ist das wirklich nochmal ein Sprung nach vorn. Es ist aber die Frage, ob du das selbstpersönlich brauchst, wenn du Menschen fotografierst. Also People-Portrait-Shootings zum Beispiel machst. Oder wenn du Landschaften fotografierst. Da sehe ich jetzt nicht den Nutzen. Außer du machst Wildlife mit Landschaften. Dann sehe ich schon wieder den Nutzen. oder Spot-Action-Fotografie, ja, da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf für die A7 IV. Allerdings ist die Frage, inwieweit brauchst du das? Und ich bin ziemlich gespannt, wie die A7 50 da schlägt, was da wirklich implementiert wird und was dann wirklich auch kommt am Ende. Also wir bleiben alle gespannt, denn große Verbesserungen in der Bildqualität sollen nicht kommen. Und dann wäre für mich als Landschaftsfotografier die Frage, lohnt es sich vielleicht, auf die nächste Kamera zu warten, die dann kommt, also die übernächste oder bei der A7 IV grundsätzlich zu bleiben, weil eben die Bildqualität nicht wirklich anders ist. Aber das wissen wir alles noch nicht. Wir werden abwarten, was 2025 dann von Sony kommt und dann werden wir mehr wissen. Kommen wir zu Canon. Ihr wisst alle, von Canon gibt es noch das berühmt-berüchtigte 28-70 Blende 2 Objektiv. Das, was niemand aus meinem Bekanntenkreis hat, weil es sehr groß, sehr schwer, sehr teuer ist. Aber die, die es haben, schwärmen davon, dass es so gut ist, dass du quasi keine Festbrennweiten mehr brauchst. Du sparst dir mindestens drei Festbrennweiten ein und es soll schon in der Bildqualität das Beste sein inzwischen, was es bei Canon so sozusagen aufzubieten gibt. Das ist das 70-200 hier und Canon plant kein neues 70-200, sondern das 70-150 und das soll an das 28-70 Blende 2 anschließen können. Also beide Blende 2, du könntest dann von 28 bis 150 mm Brennweite Blende 2 abrufen können. Es wird sehr wahrscheinlich nicht günstig werden. Ich vermute, es wird auch recht groß werden. Ich denke allerdings nicht, dass es größer als die 70-200 Objektive wird. Deshalb wird auch wahrscheinlich der 150 mm Brennweitenbereich das Ende sein vom Objektiv. Bislang ist es so, dass Canon ein Patent angemeldet hat und daran wohl tüftelt. Allen Gerüchten zufolge soll es, wie gesagt, das Pendant zu dem 28-70 sein. Ich bin gespannt, ob Canon dieses Objektiv bringt. Wenn es das rausbringt, schaue ich es mir auf jeden Fall näher an. Und wenn du sagst, das wäre für mich vielleicht das 70-200, also mein altes 70-200, oder mein neuere 70-200 zu ersetzen für das, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. So, und jetzt kommen wir noch zum Thema Eibsee-Buch und Kalender von mir. Denn ich bin selbst sehr viel unterwegs mit meiner A7R5 vor allen Dingen im Landschaftsbereich. Und da wirst du hier in meinem Eibsee-Buch eine ganze Menge Bilder auch vom Eibsee finden, die ich mit der A7R5 aufgenommen habe. Aber zum Beispiel dieses Foto hier, das war im letzten Sommer. Da gab es sehr wenig Wasser am Eibsee. Eine der Aufnahmen, die mich wirklich sehr glücklich gemacht haben mit der Sony, beziehungsweise auch hier im letzten Winter, da war ich auch sehr happy mit der Sony, weil sie eben richtig gute Bildqualität abliefert und mir sehr schöne Fotos vom Eibsee beschert hat. Und dieses Buch, das wirst du gewinnen können, wenn du meinen YouTube-Kanal hier abonnierst. Und wenn du das getan hast, darfst du mir gerne auf Instagram schreiben, dass du meinen Kanal abonniert hast. Schickst mir einen Screenshot davon und dann gehörst du sozusagen in den Lostopf von denen, die eins meiner Eibsee-Bücher gewinnen können. Und Punkt Nummer zwei. Es wird zum nächsten Jahr 2025 einen neuen Kalender von mir geben. Der heißt dann Bergwelten. Und wie ihr wisst, war ich dieses Jahr sehr angetan von den Dolomiten. Ich war super glücklich mit den Ergebnissen von Praxe Wildsee. Ich wusste, dass es sehr märchenhaft, sehr romantisch dort aussieht. Allein von den Vorschau-Videos und von den Bildern, die ich bisher gesehen habe. Aber dass es dann so gut wird, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Und ich bin natürlich total glücklich über die Ergebnisse und kann dann auch in diesem Kalender einiges für dich hiermit zeigen. Also wenn du gern so einen Kalender gewinnen möchtest, dann gilt das Gleiche hier. Abonniere meinen YouTube-Kanal. Mache einen Screenshot davon, dass du mich abonniert hast. Und dann schreib mir gern auf Instagram, dass du mich abonniert hast. Und dann gehörst du auch dann für diesen Kalender mit in den Lostopf. Ich verlose jeweils ein Buch und einen Kalender. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du dabei bist. Wenn du sagst, okay, ich unterstütze deine Arbeit hier auf YouTube. Und ich möchte gern einen Kalender gewinnen. Ansonsten wird es natürlich auch die Möglichkeit geben, diesen Kalender in meinem Webshop zu kaufen. Das verlinke ich unter diesem Video. Genauso wie dieses Buch. Dieses Buch kannst du nicht nur überall bestellen, wo es Bücher gibt, weil es eine ganz normale ISBN-Nummer hat. Sondern du kannst auch dieses Buch ab sofort in meinem Webshop bestellen. Auch das verlinke ich unter diesem Video. Und ich würde mich freuen, wenn du in meinem Shop mal vorbeischaust. Es gibt außerdem natürlich auch den Kaffee von mir, wenn du möchtest. Oder auch Presets zu kaufen. Also schaut gern mal rein, wenn ihr mögt. Ich würde mich sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass dieses Video sehr informativ war. Und alle, die jetzt fleißig mitmachen und hoffen, sie gewinnen. Das ist vielleicht auch eine gute Idee als Weihnachtsgeschenk, dieses Buch oder den Kalender. Also auch dahingehend vielleicht nochmal überlegen, ob du vielleicht grundsätzlich nochmal in meinem Webshop schaust und dir das Ganze eventuell sicherst. Es gibt für beides limitierte Auflagen. Das heißt, wenn die Bücher und die Kalender aus sind, sind sie erstmal aus. Und ich werde dann je nachdem, wie die Nachfrage ist, nochmal nachjustieren und nachbestellen. Allerdings, wenn sie erstmal leer sind, dann sind sie leer. Also schnell sein, fleißig sein, beim Gewinnspiel mitmachen und im Zweifel auch gleich in den Webshop gehen und dir ein Buch oder einen Kalender sichern. So, jetzt hoffe ich, das Ganze war interessant für dich. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht, da zuzuschauen. Und wenn ja, lass gern ein Abo hier. Abonniere meinen Kanal, like dieses Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.